Also gut, ab zum Punkt. So, schön in der Gruppe bleiben. Okay, soviel zum Thema in der Gruppe bleiben. Da ist meine Gruppe, die zwei kleinen Dreiecke hier. Aha, der eine sitzt dort. Und da laufen nochmal zwei. Okay, Kollegen. Boah, ernsthaft? Wo war der? Ah, Sunny, Sunny, Sunny. Ah, Sanitäter sind was Tolles. Aha. Das machen wir mal anders hier, pass mal auf. Hoch. Na. Müssen wir da runter anscheinend? Ah, da ist einer gestorben. Oh. Deckung. Also wenn man, ich hab die Erfahrung gemacht, wenn man als erstes angeschossen wird, sind die Chancen, dass man einen Zweikampf gewinnt. Sehr im Keller. Wenn man nicht wirklich grandios überlegen ist. Also. Oh. Da kommt ein Sandor. Hi, Kollege. Oh. Oh. Lustiges Freundchen haben wir hier. Was gebe ich jetzt, um leichter Einheit zu sein? Und wo? Ach, steht hier Sandor unter Feuer. Sandor kill Assi, immerhin. War der nicht irgendwo? Ah, der ist schon tot. So. Einmal nachmunitionieren. So far, so good. Hm. Jetzt ist hier tote Hose, oder wat? Ach, jetzt. Jetzt will er mich dorthin verlegen, wo ich eigentlich hin wollte. Na, super. Ist okay. Aber, hm? Was gibt's denn da hinten? Oh, der Punkt A wird gecaptured. Leute, Punkt A. Leute, Leute, Leute. Sieht das doch keiner. Kann doch nicht sein, dass ich der einzige bin, der das sieht. Oh. Und da kommt auch noch ein Lightning an. Die haben das nicht aufgegeben hier. Ja, vorsichtig. Alles klar. Gut. So weit, so gut. Jetzt müssen wir noch schauen, dass der Lightning... Oh, hier ist ein neuer Sandor gespawnt. Die haben den hier aufgeklappt, wollte ich sagen. Und eine Vanguard haben sie hier auch. Voll ausgestattet. War das das Sandor? Ja, sehr gut. Da ist der Vanguard. Das bringt mir nichts. Eine Rakete... Wie hab ich das denn jetzt geschafft? Okay, komm. Verleg mich dahin, wo die Action geht. Hier ist... Da nach oben ist mir ja... Action, da geht's ja zum Meucheln. Einmal strecken. Oh, es geht schon los, es geht schon los. Wir kommen jetzt drüberweise als schwere Unit. Das heißt, wir müssen jetzt... Oh, jetzt hier, komm. Da gab's hier nicht mal... Oh, das Torita ist besetzt. Glaubst du doch selber nicht. Oh! Hä? Schild, lad dich auf. Okay, Schild ist voll. Shit. Ah, Scout-Gewehr? Nee. Ich hab nur gekauft das. Ja, das Sturmgewehr, das schwere Unit, ist dafür nicht gar... Hervorragend geeignet, sagen wir mal so. Ja, jetzt kommt der Moskito. So, andios. Gut. Boah. Ich schiele Rito. Wo ist denn der jetzt hin? Der hat aber ganz schön die Beine in die Hand genommen. Alter Fall, da ist der abgehauen. Hm. Aha. Ah, ich mach das. So. Machen wir hier ewiges Theater. Gut. Capture Point. Bing. Hervorragend. Ab zu Punkt C. Dab, dadab, dadab, dadab. Ah, die wollen Punkt A haben. Wenn ich da nicht noch mal welche mitzureden hab. Boah. Hab ich mich vor dem gerade erschrocken, Heilige. Mir hätte ich fast ins Gesicht geschossen. Wo? 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 Ah, shit. Deckung. Ich glaub, die Deckung ist zu schlecht. Boah. Ich sitz... Ich sitz hier wirklich voll geduckt, so. Ah, Kopf angezogen. Oh, Spion unter mir. Ah, der hat mich gesehen. Und er weiß, dass ich ihn gesehen hab. Shit. Ah, Gott, verdammte Schande. Hm. Ja, das ist immer so ein bisschen... Wenn man einmal auf Low-Life ist. Und grad kein Medikett in der Tasche sitzt. Boah, wie kann ich heute so schielen? Ah! Da ist ein Spion! Da sitzt ein Spion in und so... Okay. Jetzt reicht's. Jetzt wird sich darum gekümmert. Jetzt zieh mir hier mal die Notbremse. Ja, das geht ja mal gar nicht an hier. So. Wo ist der Spion? Der kümmelt nämlich hier dauerhaft drum. Ich hab gesehen, wie der den Kollegen gemässert hat. So, wo bist du? Hier war der irgendwo, oder? Ist der abgenippelt? Hm. Wo? Ja, da steht man gut unter Feuer, wenn man da runterhüpft. So hüpfen wir direkt ganz runter. Ist vielleicht gerade sicherer. Bleib in der Nähe der Max-Unit. Hinter an der Max-Unit-Lauf ist immer gut. Die zieht so das Feuermagnet. Kann man relativ unbehelligt... Oh! Ja! Kommt einer in dem Moment um die Ecke. Aber wisst ihr was? Spion können wir auch machen. Was die können, können wir schon lange. Suchen uns hier ein schönes Plätzchen aus. Und dann spielen wir mal. Dezimieren die Gegner. Taktische Feuerunterstützung. Gut, da oben sieht es gut aus. Der Steg. Sieht gut aus. Punkt C ist clear. Ich glaube, ich sitze auf der falschen Seite. Ich glaube, die sind da drüben. Hm. Aha. Ah! Mir wurde mein Kill geklaut. Das war meiner. Da irgendwo, oder? Da irre ich mich. Wo kamen denn die Schüsse? Warte, das war doch von hier. Da kommt einer gelaufen. Die Leute im Flug erwischt es immer ganz besonders tricky. Leute, rennt doch nicht ohne eure Markierungspfeile durch die Gegend. Auf die Max-Units schieße ich mehr aus Dekowal. Mit dem Scharfschützengewehr auf die Max-Units schießen. Ich meine, man kann es schon machen. Das ist schon richtig, aber... Ja, naja. So. Aha. Ich glaube, ich muss da hoch. Ich glaube, hier habe ich ein schlechtes Zielfeld. Boah! Wie kann mich das denn jetzt verschieben? Okay, Hochdach. So, geh mal ganz oben auf die Plattform. Das ist zwar sehr obvious, aber... Naja, jetzt. Wenn man was sehen will, dann riskiert man halt auch gesehen zu werden. Da legt sich mit der Max-Unit an. Mutig, mutig. Da ist der Gegend, der schießt Hand über. Und der hat dieses Barriere-Schild, oder wie das Teil heißt. Wo ist der Spion? Der hat sich gerade getarnt und müsste da oben irgendwo sein. Ach, ich mag es nicht, Spion zu sein. Ich habe das Gefühl, ich stehe außer während alle anderen spielen. Na? Komm, ich habe dich gesehen, dass du da bist. Steck mir mal den Kopf raus. Aha. Da hat gerade einer auf mich geschossen. Ich habe es gesehen. Zeige dich. Zeige dich. Wo bist du denn? Komm schon hierher. Immer schön strafen. Und... Oh. Oh. Autschi. Und wo war das denn jetzt? Ha. Okay. Na, den nochmal. Da drüben irgendwo. Ah, der steht bei uns am Turm. Mit der beschissenen Armbrust. Ich glaube, ich hänge. Verdammte Axt. Okay. An. Da, das ist ceviche. affend. Je THEM. Entretich.